So, hallo Leute und herzlich willkommen bei zu... Hallo. Eskalation. Äh... Icecut. So, ich mach noch ein bisschen Refund Iron, weil äh... Ich... Das ist so fucking teuer, man. Aber auch so fucking geil. Was, Refund Iron? Nee, diese Rüstung hier. Ich baue mir jetzt grad Jetboost in meine Schuhe ein. So. Dann darfst du dir dreimal... Äh, dann darfst du dreimal raten, was ich letzte Folge mir für eine Rüstung gemacht hab. Die Dingensrüstung? Die... Die Quantumrüstung, genau. Die Dingstar. Ich hab gedacht, Do You Matter braucht mir eigentlich nicht so viel. Hast du dir einfach mal eine Quantumrüstung gebaut? Ja. Jawoll. Einfach mal eine Quantumrüstung. Präsentier ich jetzt einfach mal. Schick, 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 schick. Junge. Ich muss mal eine Rüstung eigentlich noch einfärben. Ich seh übelst krass aus, oder? Aber die braucht richtig viel. Ich seh übelst krass aus, oder? Sind das 10 Millionen, die die brauchen? Mit dieser Brustplatte seh ich eigentlich jetzt übelst krass aus. Vor allem, ich krieg fast keinen Schaden, ne? Ja. Wo hast du denn hier einen? Da. Hast du nicht. Ähm... Ah, wann muss diese Scheiße so scheiß toll sein? Okay, dann brauchen wir noch... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Komm mal her, ich hab was Feines für dich. Ja, hast du doch was Feines? Ja, hast du was Feines? Äh, wo denn? Oh, geil, Hähnchen, Alter. Gleich mal in die Figur kloppen. Seh ich in der Rüstung Fed auf. Äh, und dann kann ich gleich hier bei dir. Ja. Wow. Arschloch. Wieso werden die nicht gecraftet, oder? Warum ist denn das langsam? Achso. Ach, der macht erst den Rubber. Wir müssen mal ein bisschen Rubber vor produzieren. Wir müssen... Ja. Rubber. Ja, komm mal hier mal so, komm. Mach das mal. So, da habe ich meine... 6 Electronic Circuits. Ah, die muss ich ja noch verfeinern, ne? Zu Dingens machen. Die ist das. Äh, dann muss ich... Oh, ist ja eine Scheißklausung. So. Dann noch ein bisschen Lapis haben wir noch hier hinten. Genau, genau. Hier kommt her Schweine, paart euch. Paart euch. Habt Liebe, macht Liebe. Ich will 2... Ja, gut. Ich will 2 Baby-Sin-Watchy-Card sein. Läuf. 5 Escalated, richtig, Mann. Natürlich. Haben wir Erde im System? Äh... Ich glaube das war die dümmste Frage, die ich... ...stellen hätte können, oder? Ja, quasi. Ohne Scheiß. Das war wirklich die dümmste Frage, die ich denke. Ich weiß. Das ist echt so. Nein, die dümmste wäre noch Cobblestone gewesen, glaube ich. Nein. Erde. Doch. Erde ist auch so. Ja. Dirt. 37.000. Ich glaube wir haben keinen Dirt mehr. Nein. Wie kommst du da rauf mal? 3 Stacks. Ja, kommen hier. 8 Stacks. Requesten. Ja, wir haben es ja. Ist ein altes Geld, Mann. Warum? Ich will jetzt die Land-Dingens ein bisschen erweitern. Was? Die Land-Dingens? Achso, die Land-Massen. Ja, ich helfe dir gleich, wenn ich hier mit meinem Dings ran bin. Ja. Und mit meinem Bums auf jeden Fall auch. Was? Ja. So, das sollte erst mal rauf. Und jetzt den... Nee. Hab ich jetzt wirklich alles verkrustet? So ne Scheiß. Achso, wie baut man die denn nochmal so... Ja, schönen Scheiß. Okay. Dann brauche ich nochmal zwei von denen. Ich höre dich bauen. Ja? Ja, ich baue dich höchst erotisch an. Ja, das würde sich höchst erotisch an. Geil. Dann mache ich weiter. Wow. So, zwei Iron Shuster ist Raster gebaut, Alter. What the fuck, man. Und jetzt kann ich, äh, installen. Schieb mich aber jetzt nicht wirklich nach vorne. Ich glaube, ich bin noch in Steam on, oder? Wieso? Leg ich denn gerade irgendwie? Nein. Wieso... Oh, das ist gut. Wieso gibt mir das denn keinen Boost? Ach, ja. Ähm. Heil dich, du hast keine Zeit. Hab ich wohl. Ich weiß. Oh, jetzt hab ich Tech-It geschlossen. Lol. Äh, einfach mal. Einfach mal so random. Gold und Silber. Boah, die war wirklich so? Tja, das scheint so. Das wird schon dunkel. Habe ich keine? Doch, ich hab mal keine. Weil, gut. So, Elfer Kapasitar. Ähm, so. Silber haben wir. Silber hier irgendwo. Ich hab Sachen. Und ein bisschen Gold. Und ein bisschen Papier. Paper. Eine Mu, eine Ma, eine Tete-Tete-Tete-Tete. Äh, dieses Lied, ne? Es gibt Mädchen. In der Quantum-Rüstung, frage ich mich gerade, eigentlich, äh... ein Jetpack drin. Eine Mu, eine Ma, ähm... Ja. Nein, also nein, äh... in dem Power Armor ist ein Jetpack drin. kein meint aber in der quantum haben wir doch auch noch goldkälber das ist eigentlich dass man dieses lied vor auf den sack geht jetzt trotzdem die ganze zeit wer hat denn da vorhin angefangen jetzt habe ich die batterie verschwindet okay noch ein paper wer damit von angefangen habe ich dich gefragt klar die kam ins zimmer rein und hat das ist ja voll geil man das wäre es nicht ich weiß nicht doch wer es ist es nicht nur am step in das zimmer rein und sagt so eine muh ein mädchen nein das ist ja voll geil nein wir es nicht wieso macht er denn den jetboost nicht und wieso bin ich so fucking langsam weil du es kannst einfach weil du es kannst nein doch verdammte kacke du kannst das mann ich weiß dass du es kannst die die übelst abjunge ein blick auf eine mädchen schweiß wieso gehen meine jetboost nicht so ab wie sie abgehen sollen im weil sie abgehen wie sie abgehen sollen kann man denn um ich bin sprich sprint servomotor es ist breit es wäre wo motor das ist ja easy das ist ausnahmsweise mal da wäre ich fast ins wasser gefallen sie gesagt Nein, gemein. Immer wenn du was sagst, erschrecke ich mich. Ah, du Schlinge. So... Bringst du mir noch Erde raus? Du hast doch gerade eh Zeit. Ja, aber nein. Ich baue gerade was und zum einen bin ich total langsam. Warum bist du langsam? Ja, weil ich meine Rüstung so voll geknallt habe, aber nicht drüber nachgedacht habe, dass ich eventuell langsam werden könnte. Ja, dann zieh die Rüstung aus. Nein, das wäre ja zu einfach. Wie viel brauche ich denn von dem Scheiß für 4 Stück? Viermal... Alter, das Wasser ist so krass zerstört von unseren Forcefields damals. Forcefields damals. Alles deine Schuld. Alles meine Schuld, genau. Ist immer so. Wer wollt ihr denn den Krieg, hä? Äh, ich nicht. Ja, ist klar. Ich war der Letzte, der da eingewilligt hätte. Ja, ja. Du und Tengman habt dann einfach angefangen mit euren Musketen hier an sowas rumzuschießen. Nein, ich meine nicht den Letzten. Ich meine nicht den Letzten. Ich meine den Ersten. Ist einfach so. Mann, red dich nicht raus, Junge. Doch, ich red mich raus. Nee, weißt du? Nee. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch, einfach klar und deutlich. Nein, 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 nein. Verdammte Kiste, doch. Verdammte Kiste? Was? Ich wollte nicht verdammte Axt sagen, weil ich das hasse. Ja, ich auch. Ist irgendwie schon scheiße. Das hat meine Hasslehrerin damals immer gesagt. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Jetzt reißt euch mal zusammen. Sonst landet ihr irgendwann mit irgend so einem billigen Typen in irgendein Let's Play, so. Ja, du hast nicht drauf gehört. Aber was ist aus mir geworden? Also okay, na, denkt dran, hört auf eure Lehrer. Ist echt so. Aber mich freut irgendwie, bei Techit haben wir irgendwie immer drei Standardzuschauer, das freut mich irgendwie. Ich muss das gerade mal ausziehen. Ich muss mich hier gerade mal ausziehen. Ja, zieh dich aus. Da stehst du drauf, ne? Nein. Schmutzig. Nein. Elf? Elf? Ja, elf. 25. Nein, elf. Ja, 25. Wie bei World of Warcraft oder so. Also weißt du was, ich mein? Okay, also jetzt kann ich sprinten, aber... Lol. Okay. Ja, da muss ich noch ein bisschen was basteln, glaub ich. Jetzt kann ich sogar hier hoch springen. Junge, wascht da los? So wie hier hab ich jetzt vier Stück davon. Ja, dann passt es doch. Vier Stück davon. Und vier Stück davon. Dann hab ich den Servo-Motor. Wääh. Hier Sprint Assist. Kompensation, Power, Walking Assist. So, wasch da los? Hier anziehen. Heilige Scheiße bin ich schnell, Junge. Heilige Scheiße, Junge. Wasch da los? Wasch da los? Irgendwie muss ich mich trotzdem noch ein bisschen anders verteilen. Ist ein bisschen... Ja. Und ich müsste vor allen Dingen, während ich laufe, ein bisschen Energie generieren. Und du musst jetzt mal eben auf die Zeit gucken. Äh, elf Minuten. Ach, das geht ja noch. Nein, 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 der Creeper! Alter, war das knapp. Ja. Control-Circule. Ey, requeste mir mal bitte schon mal, äh, Dingens. Erde. Bin ich denn Bavo hier, oder was? Ach, sechs oder so. Komm schon. Ist doch für den guten Zweck. Soll ich hier unten requesten, oder was? Ja, bei dir. Da komm ich schneller hin. Okay, ich hab jetzt 960 Air requested, whatever. Hm. Was? Ähm. Dann hast du eh nicht. So, hier brauch ich zwei Stück für. Eine Mu, eine Man, eine Tate. Hast du echt so viel gerequestet? Eine Tate, rettet er, ja. Die Hefte davon kannst du gleich wieder reinpacken. Ist egal. Ne, brauch ich nicht. Ne, doch. Drei Sechse. Wir müssten dann so mal die Edithonic Circles eigentlich ankommen. Alter, bin ich schnell. Damit komm ich ja gar nicht klar, Junge. Ich bin grad so... Ich hab den Sprint Assist. Spinne! 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 Ich glaub ich Spinne! Ich glaub ich Spinne! Das, das, dies, das, dies, dies, das, dies, äh, hier haben wir noch Glowstone, haben wir hier noch Redstone, ne? Oh, das liegt schon richtig. Da oben kommen die zwei hin, da brauche ich noch... Was machen wir eigentlich aus diesem kleinen Heustein? Lass mal das Atomkraftwerk war. Ja, da machen wir irgendwie Gedenkstätte dran oder so. Oder wir bauen uns einfach ab und dann kommt hier hinten die Farm hin. Oder wir machen ein neues Atomkraftwerk. Oder... Aber nicht hier hinten hin. Dann kommt jetzt die Farm hin, hab ich beschlossen. Ist so beschlossen. Mann, der Turm sieht so hässlich aus, um ehrlich zu sein. Welcher Turm denn? Wenn ich hier hinten stehe, ist da ein großer Baum. Welcher Turm denn? Ja, der in der Mitte. Es gibt nur einen. Achso. Ja, der ist echt jetzt nicht. Warum baut der überhaupt nen Turm? Wir sind ein Dorf und keine Stadt. Äh, nein, warte. Naja, noch nicht. Wir sind Tech Town. Ich mein, wir sind ähm... Ja, ja, red dich da ruhig raus. Ja, genau das sind wir. Genau das. So. Warum muss es jetzt regnen, man? Solenoid. Haben wir auch nicht mehr damit. Da brauche ich wieviel von? Vier Stück, ne? Vier Stück. Und da brauche ich noch den. Und nochmal zwei davon. Und... Zwei davon. Eine Mu, eine Mäh, eine Tete, rettete. Ich krieg die nicht mehr aus dem Schädel, Mann. Das ist wie eine Krankheit. Hä, hä, hä. Äh, hä. Du machst mir erst. Nein. Das ist echt wahr. Nein. So, die Scheiße habe ich jetzt im Inventar. Jetzt mache ich das wie Kinetic Generator. Ja. Ich habe hier... Äh, 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 äh. Produziere ich jetzt mehr, als ich verbrauche? Ja. Äh, 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 äh. Ich produziere mehr Energie, als ich verbrauche. Äh, 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 äh. Und ich laufe übelst schnell und bin übelst gut gepanzert. Das heißt... Das ist schön. Obwohl auch nur wenn ich sprinte. Äh, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen... Oder wir müssen ein bisschen irgendwo an der Energie runtergehen. Äh, Movement. So, wie gesagt, ich bastel gerade noch ein bisschen an meiner Rüstung hier, ne? Solltest du mitbekommen haben. Ich glaube dazu kommst du nicht mehr. Wieso? Weil... Du gleich tot bist. Nein. Hä? Wegen was anderem. Worauf du bestimmt nicht achtest. Aber ich bastel doch die ganze Zeit schon hier. Das kann ja gut sein. So, ich verbrauche Energie, lade sie aber gleichzeitig wieder auf. Okay, ich verbra... Ich, äh, produziere mehr Energie, als ich verbrauche in meiner Rüstung. Wie kannst du da produzieren? Äh, ich habe in meine, äh, Hose so einen kinetischen Generator eingebaut, der Energie produziert... Du hast denn deine Hose. Äh, der Energie produziert, wenn ich laufe. Okay. Und auf meinen Kopf werde ich dann noch einen Solargenerator bauen, das der nochmal von der Solarenergie macht. Okay. Und was können wir hier noch machen? Aber legt das Solarding auf dem Kopf nicht nur den Helm auf, sondern auch alles? Nein, nein, die ganze Rüstung. Überall wo Batterien drin sind. Okay, okay. Hologram-Emitter. Wie viel kostet das? Ja, okay. Das kriegen wir eigentlich hin. Ähm... Einen Jetpack will ich mir noch machen. Da fahr ich vier Iron-Irons-Irons-Frost aufführen. Okay, Iron-Frost noch mal. Wie viele Minuten haben wir denn? 16 Minuten! Wir müssen aufhören, oh mein Gott! Gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Wir haben schon mal eine Quantum Rüstung, die sich von selber auflädt, weil sie geil ist. Ne Quantum? Du meinst ne Power. Power Rüstung, weil sie geil ist. Ich hab die Quantum. Ich kann sogar hoch springen. So, ganz leicht. Ich kann hoch fliegen. Ja, das Jetpack muss ich mir halt jetzt noch einbauen. Das mache ich dann in der nächsten Folge mit dem Iron-Sasters. Das ist Rastas. Das ist Rastas. Das ist Rastas. Ja, okay, okay. Okay, okay, okay. Äh, und die leichtere Armor hier, den Energy-Shield. Und da muss ich dann mal gucken, wie das so funktioniert. Force-Field-Emitter. Brauche ich nur einen Force-Field-Emitter? Der ist ja easy. Der ist ja richtig easy. Der ist ja easy, 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 easy. Easy, man. Easy. Hast du verstanden? Rät dich ab, man. Rät dich doch einfach ab. Easy, easy, easy. Alter, rät dich ab. Easy, easy. Nein, du singst jetzt nicht Crow. Warum nicht? Weil Crow kacke ist. Dein Nummer mal. Ja, und wenn du meinst, dass die kacke ist, dann ist das halt so. Ja, das meine ich. Okay. Das juckt mich kein Stück. Ich weiß das. Kein Stück. What the fuck, man? Willst du mal die Rüstung anziehen und mal gucken, wie schnell das ist? Nein. Du gehst ja so ab, Junge. Du gehst ja so ab. Ich will nicht deine Rüstung anziehen. Wo bist du überhaupt? Nein, mache ich in der nächsten Folge. Ich habe weiter Erde geboot. Achso. What the no. Mein Power Tool fungiert übrigens auch als Spitzhackel. Oh, ich kriege da gar keinen Fallschaden mehr durch die Quantum Rüstung. Ist geil. Die habe ich so overclocked, dass die schneller ist als ein Diamond Driller. Was machst du denn? Ich probiere, ob meine Hand aus ist. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Hier, guck mal, wie schnell ich rennen kann. Ah, jetzt kann ich nicht mehr rennen, weil ich Hunger habe. Wie viel Schaden hat das gemacht? Ein Herz. Oder warte mal, nee. Ein halbes. Mit der Erde. Ein halbes. Oder? Okay. Ich war noch nicht... Warte, ich halte mich mal voll. Du, 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 du. Okay, mach mal. Äh. Hau mich. Hau mich. Hau mich. Hau mich. Hau mich. Hau mich. Schlag mich los. Ja, es macht nicht viel Schaden. Okay. Ich hole mir dann noch mein Energieschild und dann bin ich so imbar, dass das dann... Ich kann dich anheben. Und ich leg mich jetzt schlafen. Ah, ja. Super Idee. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei... Oh, yeah. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Haut rein.